Ich will das so ansehen. Tunderspider, die ist gar schon tot. Das ging irgendwie schnell. Die KF-Poschen. Schnell nehmen. Verziehen und nehmen. Meine Hilfe ist hoch. So kann man auch ganz schöne Screenshots erstellen. Also für Steam. Für die in die Community. Gerne mit der Community rumzocken und so. Und alles selbst gestalten und sich selbst mal so ein bisschen vorzeigen. Kann man sowas schön einbauen. Okay. Okay. Äh. Leather. Okay. Das führt uns zu einem Hebel. Und der Hebel führt uns zu einem. Weiteren Hebel. Und dieser Hebel. Das führt uns in eine Falle. Liebe, schön reingetapst und ganz brav. Lalalala. Mit ganz vielen neuen Spinnen. Ey Leute. Das geht nicht an. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Nein. Meine Manna ist hoch. Ach Mann. Fahr zu Hölle. Nein Er wird sterben Durch meine Kanone Oh Oh, knapp Das war echt knapp Bisschen Gold einsammeln Und weiter Weiter, 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 weiter Oh mein Gott Wir haben nicht einen Heal-Poschen Mir muss ich selbst ganz viele Heal-Poschens mitnehmen Das nächste Mal Und ein weiterer Hebel Und noch eine Falle Noch eine Falle Sauber Als hätten wir es erwartet Ha, 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 ha Sehr blutig auch dieses Spiel Das ist sehr, 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 sehr heftig an Diablo angelegt Du musst Das hatten wir nicht Da geht's noch rüber Ein Hebel Führt uns zu einem Hebel Wir laufen hier die ganze Zeit durch die Halle Und Betätigen wahllos, wirkürlich Hebel Bis wir zum letzten Hebel kommen anscheinend Und das hat uns jetzt wieder ein Respawn von diesen Typen da hinten gebracht Sehr schön Das Crypta ist ziemlich krass, also Crypt heißt das hier Oh mein Gott Mich kriegst du niemals Jedenfalls nicht lebend Ich Hab dich gekillt Haha So Wo war das jetzt? Da Und doch, es geht noch weiter Oder? Ach hier, hört's auf Oh mein Gott Habt ihr Feuerball Tiraden gesehen da? Ja, ich weiß, den Hebel ist low, aber ich kann jetzt nicht wieder ändern Und wir sind tot Gold Gold Ich will immer das Gold Immer Hmhmhmhmhmh Emmmhhmhmh Emmer Och Mann Ist viel zu lang Oh So, da können wir auch noch mal den Emmer drausholen Scheiß auf die Fallen Oh mein Gott, schon drei Gegend sind, wo wir die Ambers raus holen müssten Und was ist hier jetzt? Ach ja, das war ja hier Böse Da sind irgendwie noch zwei Stück von denen Stirb, 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 stirb Genauso wie der andere Stirb, 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 stirb Und vielleicht sind da noch Da ist noch einer Da haben wir auch recht Und wir können nichts besiegt Und hier werden wir hoffentlich entlohnt Ach, ein Enchanter Wir werden entlohnt Ach nö Ich hab' ich nicht gesehen, du Konstrukt Und ein Mikdi ist auch noch dabei Oh Gott Oh, wir haben ein Half-Portion Aufgehoben Schön, Pet Dein Pet ist verletzt Mein Inventor ist verletzt Nein Gut Äh Hm Boah, sieht das geil aus Äh, Fighting Stuff Moment mal, 66, brauchen wir nicht Ach Können wir hier einfach mal sowas machen So aus jupfend Laune Jetzt möchte ich das hier mal identifieren Geil Anziehen Sieht auch noch Schmuck aus Ähm Weg damit Und ja, du kannst dann jetzt auch weg Kommst aber gleich wieder zurück Ähm Ist auch, sie bauen werde ich bei ihr auch wieder Mysterious Ein Unique Item, oder Das ist kein Set Item Das ist schade, aber Zumindest mal etwas Mein Pad ist voll Shit Ja, wir warten jetzt einfach, bis unser Pad wieder da ist Und das können wir ja entscheiden Das machen wir mit dem Set-Toy wieder New Socket Das ist doch schön Können wir noch mal was rein tun Aber ich weiß nicht was Ach, ich mach hier gleich diesen Fire Ember rein Und kombiniere ich mit euch zusammen Ach man, komm schneller, Pad Ja, was können wir so lange noch machen Oder wir können auch einfach Moment, also so Zack So, dann müssen wir das Müssen wir gar nicht auf das Pad warten Können wir einfach jetzt durch das Portal schreiten Das war's Ja Wenn du viel Glancing Blows hast, musst du wahrscheinlich deine Weapon upgraden Schön, mein Kleiner Hast du gut gemacht Ähm, ja Combine Jetzt mal kurz Eins Zwei Hoffentlich reichen drei Wenn nicht, dann holen wir den vierten da hinten noch raus Cracked Fire Dill Fire Ember Ja, wir brauchen drei Sieht ja jetzt zwar nicht ganz anders aus, aber Hauptsache Ja, den Setzen wir mal direkt hier rein Jetzt hat er ein Fire Damage von 90 bis 38 Was ist ein Fire Damage von 90 bis 36 Hm, jetzt muss ich diese ganzen Oh, jetzt muss ich jetzt was raus holen Ach ja Ich mache das mal raus 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 ja ja ich war schon in der Zeit schon Hallo ähm ne ne wollen wir gar nicht jetzt will ich gleich mal was ausprobieren das probier ich gleich aus indem ich das hier kaufen so und ich äh muss erstmal identifizieren bevor ich irgendwas verkaufen möchte ich das alles identifizieren ja so jetzt mal ein paar stück kaufen ein bisschen identifizieren oh gut den will ich und sechs arme und fünf arme back resistance fire damage erhöht ziehen wir das mal an 119 damage und das bleibt alles sonst kann ich hier alles verkaufen den Rest ja kann ich alles verkaufen gleich werde ich noch sockeln keine sorge ich werde es nicht vergessen ähm behalten das behalten wir das nicht das kann weg das kann auch weg das kann auch weg und das auch so und jetzt haben wir uns mal ein bisschen proviant ach ja den Spell habe ich ganz vergessen ein bisschen proviant wie viel wie viel Leben haben wir denn 400 reichen die doch aus schmerzen 2 2 stex so ne menge geld ausgeben für tränke jetzt und sich das so hm und jetzt gehen wir mal aufs pet ne nein nicht aufs pet sondern auf mich Und da will ich jetzt mal gucken... Hmm... Ähm... Wie soll man das denn mit schon upgraden? Ich weiß es nicht, ich... Ich geb das mal meinem Pad einfach vorsichtshalthalber, weil ich mag die... Die Spell... Dann kann das auch noch das hier... Ist doch nicht schlecht eigentlich... Ja, schön dich zu sehen... Ähm... Brauchen wir alles nicht... Das brauch ich nicht mehr... Dann haben wir nicht genug Geld... Ach, ich wollte ja noch sockeln... Ach, ich wollte ja noch sockeln... Wo kann ich denn jetzt noch was rein? Hier kann nix mehr rein... Hier kann noch was rein... Und da kann noch was rein... Dann machen wir hier diesen Dextry Attribut nochmal... Und 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 Health können wir ja machen... Ja, Health machen wir auch noch... Dann machen wir mal Health rein und da machen wir ne Dextry Attribut rein... Gut... Ähm... Nimm, 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 nimm... Ja... Das war ein kurzer Ausflug... So... Ähm... Jetzt mal... Sind wir mal so cool... Machen den hier... Yeah... Oh yeah... Erstmal ein Scream gemacht... Haha... So... Ähm... Ich will jetzt mal durch dieses Portal hier gehen... Möchte ich? Möchte ich bestimmt... Ja, ich... Geh da jetzt mal durch... Wird bestimmt witzig... Hihi... Oh man... Diesmal haben wir ja mehr Proviant mit... Falls wir ja wieder kurz vorm Abkratzen sind... Oh mein Gott... Hier können wir auch wieder die Portal Skrulls nicht benutzen... Also Vorsicht...